Im Klo. Hinten kracht es manchmal ein bisschen, deswegen warte ich immer ein bisschen den Morg von raus. Kracht es auch manchmal ein bisschen, aber... Was nicht so gut war, was der Bundesminister Wissing zum Streik gesagt hat, das ist unwürdig. Also vielleicht müsste man so einen Mann endlich mal austauschen. Der Bundeskanzler ist im Gehre gefragt, aber das dauert in der Politik sehr lange, Sie wissen. Unter Merkel war das auch immer so schwierig. Und deswegen... Die Bahn streikt am Montag. Der Mühl? Der Mühl rinnt sich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich werde inzwischen schon privat angerufen, streike dir mit D, streike dir. Na dir weiß ich gar nicht, was das soll, grammatikalische, ja ich nicht. Aber ich muss jetzt husten, schöner Abend noch.